Hallo, Lightning Talk wäre jetzt auch übertrieben. Ich wollte eigentlich nur kurz darauf hinweisen, dass jetzt endlich wir es geschafft haben, einen Newsletter einzurichten für den netzpolitischen Abend. Wer sich quasi verlässlich informieren lassen will über diese Veranstaltungen hier, das kann man auf der Website des netzpolitischen Abends Wien abonnieren. Vielen Dank.